Von Kindesalter bis hin ins Rentenalter, das betrifft einfach alle das Thema und deshalb ist es wichtig, dass wir Aufklärungsarbeit darüber leisten und dass wir gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit darüber sprechen und zu sagen, es ist ganz normal, sich Hilfe zu holen. Genau, das kann auch echt erst in ein paar Wochen auftreten oder tatsächlich an Weihnachten oder an Silvester, wenn zu Hause alles so schön und gut ist. Ja, holt euch Unterstützung regional. Mein Name ist Tamara Orschler und ich gehöre zu dem siebenköpfigen Team von der Diakonie Katastrophenhilfe, Seelsorge und Beratung im Ahrtal. Und du bist jetzt, bist du schon länger im Ahrtal? Ja, ich bin seit Tag 3 nach der Flut bin ich im Einsatz. Okay, und welchen Menschen begegnest du und ja, welche Arbeit musst du da oder darfst du da verrichten? Also wir hat, das ist so, kann man so ein bisschen in Phasen einteilen. Am Anfang hatten wir natürlich ganz, ganz andere Aufgaben, also da waren wir im Rahmen der Notfallseelsorge im Einsatz. Und da haben wir noch bei Vermissten suchen geholfen, wir haben die Leute stabilisiert. Ja, da ging es eigentlich um diese ganzen Grundbedürfnisse, dass einfach diese Stabilisation, dass sie was essen, dass sie was trinken, dass die Angehörigen gefunden werden. Und jetzt sind wir schon in einer ganz anderen Phase drin. Jetzt ist quasi diese aktive Phase ist ja jetzt quasi vorbei. Die Menschen kommen mehr zur Ruhe, die fangen an mehr nachzudenken. Ja, und jetzt sind wir halt da, um die Menschen weiterhin zu stabilisieren, aber auf einer ganz, ganz anderen Ebene jetzt. Genau, bevor wir zum Thema jetzt kalte Jahreszeit, Weihnachten und so weiter kommen, erst mal Tobi an dich. Danke, dass du die Zeit findest. Erst mal erzählen, was du machst, wer du bist und ja, auch warum du jetzt hier sitzt. Ja, mein Name ist Tobi Schott, ich bin 33 Jahre alt, ich bin genauso wie Tamara auch am dritten Tag hier angekommen und bin mittlerweile Krisenmanager im Tal und unterstütze die Hilfscamps, unterstütze einzelne Aktionen wie zum Beispiel die Einraumheizung. Und wir haben aktuell 930 Heizungen im Ahrtal verbaut und damit ganz schön vielen Menschen Wärme zurückgebracht. Sehr, sehr cool. Danke. Ja, Wärme ist ein schönes Stichwort, das haben wir ja jetzt nicht mehr. Die kalte Jahreszeit ist ohnehin bekannt als sehr triste Jahreszeit, dann kommt hier noch das Ganze, ja, die ganze Katastrophe einfach mit einher. Vielleicht berichtet ihr einfach mal, wie das für euch ist, was habt ihr wahrgenommen? Tobi, du gerne mal als erstes jetzt, vor allem in der Jahreszeit, vielleicht auch persönliche Eindrücke, die du hast. Jetzt, wo es erst sehr spät hell wird und auch früh dunkel wird, ist es natürlich, der Einsatzzeitraum wird kürzer, der Zeitraum, wo die Menschen aktiv draußen sind, wird kürzer. Es ist natürlich kalt, es regnet, es ist nass und ja, wir merken natürlich, dass nach dieser langen Zeit so langsam die Leute auf eine Durststrecke kommen, also dass sie wirklich so, der lange Atem, der fehlt und auch jetzt so die Aussicht. Ich sage immer, wichtig ist es mir, dass wir die Leute über den Winter bringen, weil im Frühjahr, wenn dann wieder alles anfängt zu blühen, die Sonne fängt an zu scheinen, dann kriegt man auch wieder so neuen Mut in den ganzen Aufbau. Deshalb war jetzt so die Etappe aufräumen, jetzt Winter festmachen, über den Winter bringen und danach, wie gesagt, im Frühjahr dann mit dem Wiederaufbau beginnen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, an dem wir jetzt arbeiten müssen, das ist dieser Winter. Ja, wir sehen uns echt den Frühling herbei, also das ist so bis März, April. Also klar, allein dieses, es wird sehr, sehr spät hell und es geht sehr, sehr früh auch wieder die Sonne unter. Was macht das mit den Menschen eigentlich? Ja, schon, also mehr, also die gute Laune ist natürlich nicht so da. Man hat ja generell schon so viel Last zu tragen, einmal die Sache mit, also viele wohnen ja noch in Kälten, also leben noch in dieser Kälte, also bei vielen Personen, die wir aufsuchen, sitzen wir zwei, drei Stunden in dieser Kälte mit drin. Also erleben es mit, deswegen sind wir auch so dankbar für den Bus. Es ist einfach schwieriger, morgens aufzustehen, die Motivation fehlt einfach. Einmal diese ganzen Anträge, wo man ausfüllen muss, dann diese triste Jahreszeit einfach. Es ist kalt, es ist nass draußen. Draußen in den Dörfern, da ist ja zum Teil auch keine richtige Straßenbeleuchtung. Es ist ja alles recht, der ganze Schlamm, also wir haben ja an vielen Orten auch noch viel Schlamm. Das macht schon was, das zieht die Stimmung einfach runter. Und dann kommen ja auch noch private Probleme hinzu. Ich meine, das normale Leben geht ja auch weiter. Menschen werden krank oder Menschen verlieren aufgrund von Corona vielleicht den Arbeitsplatz. Ich meine, das normale Leben geht weiter. Ja, das merken wir auch. Die Helfer werden weniger, einfach weil sie jetzt an Weihnachten auch mal sich um ihre eigene Familie kümmern müssen. Es ist sehr, sehr viel liegen geblieben bei vielen Helfern. Geht mir genauso. Ich bin seit knappen 150 Tagen, ist jetzt Flut, sind wir hier oben alle Mann im Einsatz. Da merkt man natürlich, dass zu Hause viel liegen bleibt. Auch die Familien, die zu Hause gelassen werden, das sind ja die stillen Helfer. Und die gilt es natürlich auch ein bisschen zu bedenken oder auch mal zu sagen, jetzt geht es mal nach Hause und auch sich um die eigene Familie zu kümmern. Und gleichzeitig ist es natürlich schwierig zu sagen, man hört hier oben auf mit dem Helfen. Das ist immer so ein bisschen ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert, was ich wirklich von vielen Helfern auch mitkriege, dass sie jetzt zu Hause sitzen und eigentlich, ich sag mal, die Hummeln im Arsch haben, hier hoch wollen, sich aber eigentlich auch mal um ihr eigenes Leben kümmern müssten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das nicht auf der Strecke bleibt, weil dann nehmen die die Probleme von hier oben auch mit nach Hause. Ich denke, es wird auch sehr schwierig an Weihnachten, kann ich mir vorstellen, wenn sie dann in ihrer, ich sag mal, Heilenwelt sitzen. Der Weihnachtsbaum ist schön geschmückt und dann gibt es das Drei-Gänge-Menü und man weiß, im Ahrtal, da gab es immer Pommes von der Bude oder so. Und dann einfach zu wissen, die Menschen leben hier zum Teil halt noch im Kalten, noch im Dunkeln und sie sitzen jetzt zu Hause in ihrer warmen Wohnung, wo alles so als gut erscheint. Ja, ich habe mit vielen Helfern gesprochen, die sich zu Hause gar nicht mehr wohlfühlen, also die wirklich sagen, was mache ich hier zu Hause? Oder auch, du sitzt mit deinen Freunden in der Kneipe abends, unterhältst dich über Fußball und das hast du früher gerne gemacht und heute hast du... Naja, es hat hier eine Sinnhaftigkeit, sie haben ja eine Sinnhaftigkeit hier bekommen, sie haben ja gesehen, dass ihre Arbeit sehr schnell ankommt und sehr großen Sinn macht und sie haben ganz schnell Menschen, wie sagt man, ein Lächeln ins Gesicht gemacht. Ja, die Dankbarkeit als Bezahlung, das ist ja hier oben und zu Hause ist es halt so das Normale und da fehlen vielleicht auch einfach diese emotionalen Anreize. Wertschätzung, die man hier auch bekommt, Dankbarkeit, Wertschätzung, das sind ja... Ja, das merken wir bei den Helfern und wir merken natürlich auch, dass je weniger Helfer da sind, desto weniger... Die Helfer kommen meistens gut gelaunt hierher, weil sie echt Bock haben, muss man sagen. Und sie bringen auch immer Hoffnung und Mut mit und auch gute Laune und vielleicht auch mal das eine oder andere Geschenk oder auch mal eine Kiste Bier, die so wichtig hier oben sein kann, muss man wirklich sagen, dass man sich einfach mal bei einem Lagerfeuer hinsetzt, einen Glühwein trinkt oder mal ein Bier zusammen trinkt und auch über seine Probleme spricht und einfach auch sich austauscht. Das ist wirklich wichtig. Und wenn die ausbleiben, die Helfer, sitzen die Leute natürlich zu Hause und ja, denen fällt sprichwörtlich die Decke auf den Kopf, muss man ja sagen. Und da die Frage an dich, wenn man jetzt tatsächlich sagt, den Leuten fällt die Decke auf den Kopf, gibt es da irgendwas, was du so ganz einfach den Menschen sagen kannst, ihnen Rat geben kannst? Was sollen sie machen, wenn das so ist? Also generell sind wir natürlich immer dafür, wenn die Menschen darüber reden, was ihnen passiert ist. Rausgehen, in Gesellschaft gehen, nicht alleine sein, wo es hell ist. Also nicht irgendwie in der kalten, dunklen Wohnung irgendwie zu Hause sitzen bleiben, sondern irgendwo, ja, ich sag mal, wo ein bisschen eine positivere Stimmung ist, auch mal aus dem Ahrtal rausgehen, mal nach Bonn fahren oder Köln irgendwo. Ich war letztens auf dem Weihnachtsmarkt in Bonn und eigentlich faszinieren mich Weihnachtsmärkte jetzt nicht mehr so, aber ich dachte nur so, wow, wie schön das hier alles ist. Ja, das habe ich selbst gemerkt, was es bei mir irgendwie gemacht hat. Ich dachte einfach so, so eine schöne heile Welt. Ja, sich einfach mal rausnehmen, einfach mal vielleicht Freunde irgendwo besuchen im Land. Urlaub fahren auch mal. Einfach mal auch dieses Tristesse hier wegzukriegen, einfach mal was Neues zu sehen. Aber ich glaube halt, viele Betroffene, die stehen ja auch ständig unter diesem Druck, ne? Also sie müssen ja Anträge ausfüllen, sie müssen gucken, dass wenn was im Ort passiert, das wird ja manchmal auch gar nicht so offiziell gemacht, auch immer, ist oft, das höre ich immer wieder so die Angst, das zu verpassen, wenn der Techniker vorbeikommt oder so. Ja, die stehen ja auch irgendwo ganz schön unter dem Druck. Das ist auch nicht ganz so einfach, ja. Das ist ja auch, wir leben das ja auch, dass die Familie mit Kindern, ne? Das, für mich war, war es, ich kann mich noch an den ersten Tag erinnern, wo hier zwei Kinder durch unser Camp durchgefahren sind und das war so, jetzt kommt das Leben zurück ins Tal, weil die Kinder sind ja rausgenommen worden am Anfang und jetzt so langsam kommen die Kinder rein. Aber ich glaube auch, dass die Kinder massiv vernachlässigt sind hier oben im Tal, weil sie einfach die Eltern keine Zeit haben. Ja, ich würde das jetzt nicht pauschalisieren. Also natürlich haben die Eltern jetzt, also die, wo das Haushalt betroffen ist, schon, die haben einmal müssen sie selber das verarbeiten, was passiert ist. Das ist ja für die Eltern auch nicht einfach. Dann müssen sie das Haus wieder neu aufbauen. Die haben Zukunftssorgen, müssen ja auch schauen, sei das die finanzielle Sicht oder wollen sie überhaupt noch mal hier weiterleben. Die haben ja auch, sind ja unheimlich großen Belastungen ausgesetzt. Und die sind natürlich dann auch froh, wenn irgendwie ein Kinder- und Jugendangebot gestellt wird. Also wir bieten das ja zum Beispiel in Kreuzberg, bieten wir ein Kinder- und Jugendangebot einmal der Woche Donnerstags, wo die Kinder kommen können. Ist natürlich jetzt auch wieder schwieriger durch Corona, aber man versucht halt irgendwie so zu unterstützen. Und ihr habt ja hier in der Arsche auch ganz, ganz viele Projekte für Kinder und Jugendliche. Die Arsche-Crew hat sich ja auch eine Tourenhalle gebaut mit dem TUS Ahrweiler zusammen, dass es einfach wieder Leben reinkommt. Ich glaube, ich habe jetzt gesehen, hier um die Ecke vom Bus auch, entsteht glaube ich auf 800 Quadratmetern ein Indoor-Spielplatz, was vom Helfer-Shuttle kommt. Und es passiert ja was. Also man versucht ja wirklich den Menschen hier im Tal auch einfach eine Abwechslung zu bieten. Nicht mehr nur noch aufzuräumen und nur noch zu renovieren, sondern auch mal wirklich das Leben zurückzubringen. Genau das ist der interessante Punkt. Man will ja den Blick nach vorne werfen und eben nicht zurück. Fällt jetzt natürlich super schwer, weil man auf der einen Seite viel aufarbeitet und das, was vergangen ist, jetzt noch hochholt. Aber wie kann man sagen, es geht weiter? Also sowohl aus der Helfer-Sicht als auch aus der Sicht der mentalen Sicht. Einfach, okay, wie erlange ich jetzt eine Perspektive? Wie erlange ich jetzt neuen Mut? Also das Zurückschauen an sich ist ja nicht schlimm. Also es ist ja auch Gutes aufzuarbeiten und es nicht irgendwie zu verdrängen oder so, darüber zu reden. Und es ist halt so, dass viele Menschen auch gar nicht mehr so darüber reden können oder dass sie auch Versorgungszelte meiden, weil da immer drüber geredet wird. Ich denke, jeder muss da so seinen eigenen Weg finden. Der eine redet mehr drüber, der andere weniger. Aber wenn man einfach auch merkt, ich kann jetzt nicht mehr mit meinem Nachbar drüber reden oder es sitzt irgendwo tiefer, dass man sich auf jeden Fall Fachpersonal als Unterstützung holen sollte. Kannst du das konkret benennen? Wo und wie? Ja, zum Beispiel bei uns über die Diakonie Katastrophenhilfe, also das Team Seelsorge und Beratung. Wir sind ja auf das ganze Ahrtal aufgeteilt und die Nummern sind auch öffentlich. Wir sind auch über Weihnachten, auch über Silvester da. Wir verteilen jetzt auch bald unsere Flyer, die auch speziell vor allem für Helfer sind, dann einfach für Betroffene, die haben wir extra so ein bisschen angefertigt. Für Einsatzkräfte auch, man sollte die Einsatzkräfte nicht vergessen. Genau. Und wir bieten auch Schulung an. Können die Helfer oder können die Betroffenen auch an Infopoints gehen? An welche jetzt die vom... Gibt ihr in jedem Ort einen Infopoint? Ja. Gibt es da die Möglichkeit, sich die Nummern von euch zu organisieren? Ja, auf jeden Fall. Und wie kriegt man jetzt die Leute wieder motiviert? Also was trägt... Einerseits, was trägst du in dir, was du ins nächste Jahr mitnimmst? Andererseits, was kannst du den anderen Leuten geben mit auf den Weg, dass sie sich motiviert fühlen, wieder oder einmal hierher zu kommen? Also ich glaube, für die Helfer ist es am wichtigsten aktuell auch mal nach Hause zu fahren, Kraft zu tanken. Wir sind aus dem Sprintmodus raus. Wir sind jetzt eher in einem Marathon-Modus. Und die Kilometerstände, da hat jeder eine andere Meinung. Ich glaube, wir sind relativ am Anfang, vielleicht bei Kilometer 4, bei Kilometer 5. Das heißt, wir haben noch eine lange, lange Durststrecke, die wir gemeinsam gehen. Und da ist es einfach wichtig, erst mal Kraft zu tanken, sich zu sammeln und sich wirklich daheim auch einmal neu zu ordnen und dann wieder neue Aktionen zu starten und neue Kraft und neue Mut mit herzubringen. Und auch wichtig ist auch, dass man sich die Unterstützung von zu Hause holt, dass wirklich die Freunde Bescheid wissen, die Familien Bescheid wissen, dass man einfach sagt, hier Leute, ich habe da oben was, was ich von Herzen gerne mache. Bitte gebt mich noch einen Moment frei, in Anführungszeichen. Und das ist wichtig. Es gibt genügend Hilfsorganisationen, denen man sich anschließen kann. Also hier freie Organisationen. Es gibt wirklich genügend Arbeit. Man kann fast eigentlich blind hier hochfahren und kann überall mit anpacken. Ich glaube, das wird auch im nächsten Jahr so sein. Und ich hoffe, dass irgendwann die Frühlingssonne rauskommt und alle dann wieder mit dem Lachen anpacken und dass es dann losgeht. Wir reden ja auch davon, Wipperfürth und Hartmann sagen es ja so schön immer mit dieser Gefühlswaschmaschine. Und das geht mir wirklich genauso. Also die Leute da draußen sagen immer, wie macht ihr das eigentlich als Krisenmanager oder auch in der Diakonie? Wie macht ihr das? Uns geht es doch genauso. Wir sitzen genauso auf der Achterbahn und haben Tage, da weiß man nicht mehr weiter und sagt, ey, ich weiß nicht, wo ich mir noch anpacken soll. Und dann gibt es Tage, da sitzt du da und kannst dich vor Glück kaum halten, weil du sagst, ey, heute war einfach ein spitzenmäßiger Tag. Und das macht es einfach aus, dass man die Gefühlswaschmaschine nicht ganz so arg schleudern lässt und dass man einfach Ruhe findet, auch als Helfer. Und ich glaube, das ist für nächstes Jahr wichtig, dass wir viele positive Aspekte sammeln, die wir mitnehmen und auch hier oben wirklich mit anpacken. Und dann wird es auch was. Bleiben wir in der Bildsprache, die Gefühlswaschmaschine. Gibt es irgendeine Einstellung, die du dir empfehlen würdest für eine Gefühlswaschmaschine? Ist es einfach laufen lassen oder ist es mal, also wie stellt man das Ganze richtig an? Das ist eine schwierige Frage. Gibt es da so etwas wie einen richtigen Weg? Oder ist es ganz normal, dass die Gefühle einfach mal durchgeschleudert werden? Ja, ich glaube, das ist schon auch, ich meine, wir sind schon in einer Ausnahmesituation. Wir haben schon eine Katastrophe, eine Naturkatastrophe erlebt. Und ich finde es immer ganz gut zu beschreiben, jetzt also einmal halt, wir hatten diese Flutnacht, die ja für manche, die haben ja Todesängste durchstehen müssen. Das war ja einfach der Horror, auch wenn man verschiedene Geschichten gehört, die gehen ja wirklich an die Substanz. Dann kam der erste Hubschrauber, also das werde ich nicht vergessen, einfach so, was auch Menschen erzählen. Die Rettung kam quasi und dann kamen die ganzen Helfer. Und es war ja zum Teil unten wirklich so eine Festivallstimmung. Also so habe ich das oft wahrgenommen. Auch wenn ich dann mal nach Hause gefahren bin, dann dachten alle, ich bin ganz traurig. Aber das war ja eine sehr positive Stimmung hier. Und dann sind wir ja, ging es so ein bisschen Richtung, wo ein bisschen mehr Ruhe dann auch eingekehrt ist. Und jetzt werden wir auch überschüttet mit Paketen oder Schokolade. Und gestern meinte ein kleines Kind zu mir, ich glaube, es war vier Jahre alt, hat den Nikolaus gesehen und meinte nur so, wer soll das denn alles essen? Ja, also wir sind einfach so übersättigt auch. Das ist immer sehr lieb gemeint. Aber wir müssen zum Teil nicht hin, wohin mit diesen ganzen Paketen und mit dieser ganzen Schokolade. Menschen sagen auch, sie wollen keine Schokolade mehr essen. Das ist halt das, was uns auch immer so zugetragen wird. Und das ist ja auch, die Kinder erleben einmal so dieses, ist das mal diese Naturkatastrophe? Und dann, also das ist ja voll das Auf und Ab. Also dieses, das ist ein sehr gutes Wort, mit dieser Gefühlswaschmaschine. Und das ist ja auch ein Teil von unserer Aufgabe, die wieder also aufzufangen, Struktur zu bringen. Weil was Kinder brauchen, ist eine Struktur, eine Stabilität. Aber wir haben auch ganz viele, also die freuen sich, also das sollte jetzt nicht so klingen, dass sie sich nicht darüber freuen. Man muss nur gucken, wo ist es dann zu viel? Und was Kinder letztendlich brauchen, ist jemand, der da ist, der mit den Aktivitäten durchführt. Aber hinten ist Sabachtal, was ja auch oft so ein bisschen runterfällt. Da war ich auch schon, da wohnen auch viele ältere Menschen und habe dann Nikoläuse so vorbeigebracht, die wir gespendet bekommen haben, Schokolade oder so Päckchen. Die haben sich total gefreut. Da war ich auch sehr dankbar, dass wir das haben, weil wir hatten auch schon überlegt, was können wir denen so mitgeben? Aber das können wir gar nicht leisten, das noch zu packen und zu besorgen. Da fehlt mir die Zeit. Und dann war ich immer froh, wenn ich denen was geben konnte. Und die haben sich dann auch echt gefreut. Also es ist halt so, es hat alles mehrere Seiten. Ja, was wir auch feststellen ist, ist, dass manchmal, was du schon gesagt hast, zu viel des Guten, dieses Sprichwort, das ist schon, teilweise fahren LKWs mit Geschenken vor. Also LKW-weise Geschenke oder LKW-weise Nahrungsmittel. Die Leute meinen es sehr gut, aber es ist einfach, es muss hier unten auch koordiniert werden im Tal. Es muss verteilt werden und vor allem, es muss sinnig verteilt werden, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn dann von den LKWs teilweise kartonweise Spielzeug an die Kinder gegeben wird, das hat nichts mit Realität zu tun. Also die Kinder sind dann auf der anderen Seite auch wieder reizüberflutet und kommen damit auch nicht klar, weil sie diese Normalität nicht mehr kennen. Also die finden das ja auch cool. Ich meine, ich finde das ja auch cool, Menschenpäckchen, also wir waren ja auch selber mal Kinder und schon ist es auch heute noch cool, Geschenke auszupacken, aber manchmal, wir müssen auch aufpassen, dass die Menschen nicht in diese Opferrolle reinfallen. Ja, also es sind natürlich Betroffene, aber das hat ja alles so zwei Seiten und die wollen ja auch nicht in dieser Opferrolle oder in dieser betroffenen Rolle drin bleiben. Ja, und dann kommen diese Geschenke, von außerhalb oder wir haben auch viele benutzte Stofftiere gespendet bekommen, wo ich dann denke, ja, die Menschen haben persönlichen Bezug dazu, aber das Kind kann da jetzt nichts mit anfangen. Also was ist deine, also du hast es gerade schon gesagt, die Kinder brauchen einfach eine Substanz, also sie brauchen jemanden, an den sie sich wenden können. Was ist deine Erfahrung, was brauchen die Menschen hier dann tatsächlich, also nicht kistenweise Geschenke, sondern was braucht es? Schwer zu definieren. Ich glaube, dass es wirklich die Mischung macht aus helfen und aber auch zuhören oder einfach da sein. Also oftmals ist es so dieser, ja, ich weiß es noch aus erster Stunde, also als wir hier angekommen sind, dann war das dieses Dasein, war manchmal so viel wert, einfach, dass man mal zusammengesessen hat, dass man einfach mal, einfach auch mal über andere Dinge spricht, von zu Hause und dass man einfach auch mal sagt, hier, es gibt auch noch Normalität und ich glaube einfach, die ganz, ganz große Mischung macht es aus. Also man darf nicht zu viel helfen, weil ich glaube auch, dass die Betroffenen hier teilweise überschüttet werden mit Hilfe und das meine ich nicht negativ, aber dass es für die Betroffenen teilweise so ankommt, und dass es denen zu viel wird. Wir haben jetzt auch die ersten Sonntage, wo sich schon Menschen beschweren, dass sie sagen, wir würden sonntags gerne mal unsere Ruhe haben. Darum, ja, die Helfer sind natürlich Freitag bis Samstag, Freitag bis Sonntag sind die Helfer im Einsatz, weil die da Zeit haben, da haben die Wochenende und die wollen natürlich sonntags Gas geben, aber es gibt mittlerweile auch Menschen, Betroffene, die auch ganz klar sagen, es ist nach fünf Monaten einfach auch mal gut, wir können auch mal Normalität auch haben. Wo vielleicht kein Bagger rumfährt, wo vielleicht kein Radlader rumfährt, sondern einfach Sonntag genießen. Egal wie schlimm es hier aussieht, trotzdem wollen sie mal durch Ahrweiler schlendern oder durch die Dörfer schlendern und einfach mal an einem Essensstand gemütlich mit der Familie essen, ohne dass ein Baggern, Radlader oder ein Traktor entlangfährt. Es gibt ja auch Helfer von Organisationen, das habe ich heute auch wieder erlebt, vor laufender Kamera, wo Helfer an den Haustüren geklingelt haben. Und ich kenne diese Familie, die haben auch einen Verlust und sie haben einfach geklingelt und sind dann weitergelaufen. Und es ist wie, wenn man Sonntagnachmittags oder wenn man nach dem Nachtdienst schlafen möchte und der Postbote klingelt irgendwie, man möchte eigentlich schlafen, ist dann total müde. Man wird einfach nicht in Ruhe gelassen. Und ich glaube, da muss auch so ein Feingefühl her, wenn man Menschen auf der Straße trifft und reden kann oder die Menschen auf einen zugehen, dann kann man das ja machen, aber nicht so dieses, ist das mal dieses aggressive Verhalten, was der ein oder andere an den Tag legt. Zu viel Hilfe ist halt wirklich auch nichts wert, sondern das ist diese Balance. Und das ist jetzt auch über Weihnachten vielleicht auch mal ein Moment, wo man auch den Menschen, auch wenn sie Hilfe brauchen, auch mal Zeit der Ruhe gibt. Also Ruhe nicht alleine lassen, sondern einfach mal Ruhe. Ich habe es jetzt letzten Samstag gesehen, ist zum Beispiel eine Truppe rumgefahren, die hatte einen Bollerwagen dabei und hatte Kaffee und Glühwein drauf und einen heißen Ohrsaft. Und die Menschen haben sich um diesen Bollerwagen herumgestellt und haben einfach gemütlich miteinander einen Kaffee getrunken. Das war auch viel wert. Also es ist manchmal viel mehr wert, als mit einem Bagger zu sagen, komm, wo können wir noch was abreißen oder aufbauen. Also das ist manchmal auch so diese Sache, wo wir die Menschen auch mit unterstützen können, mit Kleinigkeiten eben. Oder auch einfach mal schauen, wo Hilfe wirklich benötigt wird. Manchmal sind es so diese Kleinigkeiten, wie ich brauche Feuer, Holz für den Winter, weil ich kenne eine Person, die hat jetzt nasses Holz bekommen und die kann damit nichts anfangen. Und die hat aber nicht das richtige Auto dafür, das sind manchmal diese ganzen Kleinigkeiten. Einfach auch mal zu schauen, was wird denn auch wirklich gebraucht. Was die Menschen hier vor Ort nicht brauchen, ist diese Reizüberflutung, die Reizüberflutung an Hilfe, sondern gezielt irgendwo was oder einfach mal am Sonntag Ruhe geben, aber auf ganz Deutschland geschaut. Für die Leute, die keine Ahnung von ihr haben, wie es hier ist, gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, das könnte man unterstützen. Wo ihr sagt, da kann sich jeder dann beteiligen, aus ganz Deutschland, dann gerne. Es gibt ja Organisationen, egal wo man sich hinwenden kann, das ist einmal das Helfer-Shuttle beziehungsweise Spenden-Shuttle oben in der Grafschaft. Die sammeln ja auch Geld und bringen das spezifisch zu Projekten, wo es gebraucht wird. Es gibt die Arsche hier in Ahrweiler, an der sich die Menschen wenden können. Es gibt in Kreuzberg. Genau, den Flutopferverein, zum Beispiel Kreuzberg. Das wäre auch noch. Genau. Und so gibt es wirklich viele, viele Organisationen, die wirklich spezifisch sich um die Menschen kümmern. Und da kann man hochfahren und kann sich wirklich mit den Menschen unterhalten und weiß auch, dass das Geld zu 100 Prozent ankommt. Tamara, wenn ich aktiv Hilfe brauche, wo melde ich mich oder an wen wende ich mich? Also einmal sind wir ja in den Orten unterwegs. Also das Ahrtal ist ja für uns auch aufgeteilt. Also mein Gebiet ist zum Beispiel ab Brück bis Rhein-Marz-Hofen und das Saabachtal. Und es gibt Flyer, wo die Nummern draufstehen. Und dann aber für die ganz Schnellen sind wir natürlich auch auf Instagram und Facebook. Genau, da könnt ihr uns auch gerne folgen und wir informieren über die Arbeit, die wir tun, über die Projekte. Und ihr könnt uns auch gerne anschreiben. Und wenn, das ist jetzt nur aufs Ahrtal, sage ich jetzt mal, bezogen und Umgebung. Wenn ihr aber jetzt Helfer oder Helferin seid aus ganz Deutschland, wendet euch gerne an eure regionalen Teams. Entweder an die Notfallseelsorge vor Ort, die könnt ihr auch über die 112 rufen oder bei euch mal recherchieren im Internet über die Feuerwehr. Genau. Wichtig wäre halt einfach zu sagen auch, dass die Leute keine Scheu davor haben sollen. Das ist was ganz Normales. Ein Beratungsprozess oder so eine Begleitung ist was wirklich Normales. Und wir haben das hier x-fach erlebt, dass selbst die stärksten Männer hier mit Tränen in den Augen helfen und mit ihrer Gefühlswaschmaschine nicht zurechtkommen. Und ein einfaches Gespräch, selbst unter Freunden, kann da schon helfen. Und wenn die Freunde nicht mehr weiter wissen, dann sucht man sich einfach ein bisschen professionelle Hilfe. Und dann, ja, da kann man im nächsten Jahr wieder mit anpacken. Das ist halt einfach wichtig, dass die Leute das wissen, dass sie keine Angst davor haben müssen oder dass das nicht komisch ist, sondern das ist ein ganz normaler Prozess. Und da sollten die Leute einfach sich, die haben so stark hier angepackt, und dann sollen sie auch mal ihre Stärke zeigen und dann dahin gehen, das passt schon. Genau, und wichtig ist auch, dass man nicht enttäuscht ist oder wenn das Gegenüber, also zu Hause, was jetzt hier nicht irgendwie im Einsatz war als Helfer, vielleicht nicht so das Verständnis hat oder das nicht so verstehen kann oder die Reaktion vielleicht sehr unterschiedlich, also sie können sehr unterschiedlich auffallen, die können auch als sehr abweisend empfunden werden, dass man das der Person nicht so krumm nimmt, weil viele können einfach damit nicht umgehen. Das hatten wir auch immer wieder in Gesprächen, dass auch die Chefs nicht so gut reagiert haben, dass man da auch so ein bisschen Nachsicht hat, weil es ist für alle eine Extremsituation, was hier im Sommer passiert hat, ist einfach eine Extremsituation. Das hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich auch schon in Auslandseinsätzen war. Ich war auch ganz schön geflecht, als ich unten war. Ich glaube, die ersten Tage werden für alle mit jeder in seiner Art und Weise mit nach Hause genommen haben und wird auch ewig daran zurückdenken. Also ich glaube, dass wir von diesen Tagen das Positive und das Negative, da werden wir unser Lebtag von erzählen, weil das hat sich so eingebrannt, negativ wie positiv, dass man wirklich auch sagen kann, ja, es ist eine ganz besondere Situation gewesen und keiner von uns hat dafür einen Fahrplan gehabt und jeder verarbeitet es auf seine Art und Weise, aber ich glaube, dass die ersten Tage wirklich, die waren sehr heftig und sehr, sehr prägend, egal in welche Richtung und ja, jetzt geht es einfach daraus, was zu machen. Genau, wichtig ist halt nur, wenn jetzt was aufbricht, dann meldet euch, sucht euch Hilfe. Ja, also Tobi, wir wollen uns zum einen bedanken an die ganzen Helfer und Helferinnen, die wirklich im Sommer da waren und so, so super gute Arbeit geleistet haben. An alle, die hier in eine Position reingerutscht sind, mehr oder weniger freiwillig, einfach, dass ihr durchgehalten habt und die Nerven nicht verloren habt. Das muss man auch einfach mal betonen, gerade die Menschen, die jetzt so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, es ist nicht immer alles so rosig, wie es scheint. Es ist Ehre und Bürde zugleich. Ja, genau. Wir sind hier und bleibt stark, weil wir brauchen euch im nächsten Jahr. Genau, wir sehen uns nächstes Jahr wieder.